Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zum aktuellen Programmplan vom 6. bis zum 12. August. Es ist immer noch heiß und ich bin auch in meinen Folgen manchmal wieder so ein bisschen am Schimpfen wie ein Rohrspatz gewesen. Aber ich kann zumindest sagen, dass das Ganze bergauf geht. Ich habe gut Folgen aufgenommen, bin nicht in einen Engpass gekommen und habe auch gerade eben erst die Aufnahmen gemacht für mein Fantasy Football Tutorial, das zum Zeitpunkt des Programmplans hoffentlich dann schon rausgekommen ist. Ich muss mich gleich nochmal hinsetzen, das Ganze zurechtschneiden und dann sollte es auch rechtzeitig online sein. Auch kommende Woche gibt es neben den Let's Plays, die wie ihr seht gleich geblieben sind zur Vorwoche, werde es auch noch ein Video geben zum Fantasy Football, ein Aufruf, wo dann drin steht, wie ihr euch für die Dattelzeit Fantasy Football Liga anmelden könnt. Und da schon mal vorweg der Hinweis, bitte nur anmelden, wenn ihr wirklich Interesse habt und das Ganze auch durchziehen mögt. Denn es bringt herzlich wenig, wenn jemand teilnimmt und auf einmal wegbleibt. Und dann hat man ein Team, das gar nicht aktiv mitspielt. Das ist einfach nicht tragbar für so eine Liga. Und deswegen bitte, bitte nur mitmachen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt. Und ich hoffe, dass trotzdem genug Leute dabei sein werden, dass sich da eine Liga ergibt. So viel dazu. Also Fantasy Football wird noch ein Thema bleiben. Es fängt gerade an, richtig schön zu werden. Aber ansonsten werden die Spiele natürlich normal weitergehen. Das ist alles noch so ein Bonus obendrauf. Also, wenn es euch nicht interessiert, keine Angst. Es wird nicht zu Lasten von anderen Zeugs gehen. Und ja, ich hoffe, ihr kommt dann noch gut durch die Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.